Das ist das Apple TV 4K mit der Magenta TV Fernbedienung. Was könnt ihr machen, wenn die automatische Anmeldung nicht funktioniert? Wenn ihr einen neuen Vertrag habt, stellt einmal sicher, ob der Anschluss bereits freigeschaltet ist oder ob er noch nicht frei für Magenta TV ist. Habt ihr bereits einen Anschluss und besteht dieser gegebenenfalls auch schon länger, so könnt ihr auch die Magenta TV Zugangsdaten nutzen, um euch manuell anzumelden. Wenn auch das nicht funktioniert, dann nehmt euren Internetrouter für ein paar Minuten vom Strom und meldet euch nach erfolgreichem Hochfahren bei Apple TV neu an. Und wenn im unwahrscheinlichsten Fall der Fälle die Anmeldung jetzt noch nicht klappt, so steht euch der Telekom Kundenservice jederzeit entweder online oder telefonisch zur Verfügung. Wenn wieder erwarten, die automatische Verbindung zwischen der Magenta TV Fernbedienung und Apple TV 4K nicht funktionieren sollte, so könnt ihr diese manuell noch einmal selbst anstoßen. Dafür drückt ihr einfach die Menü und die Plus-Taste 5 Sekunden lang und danach sollte es in jedem Fall funktionieren. Natürlich müsst ihr kein iPhone haben, um Apple TV nutzen zu können. Das Einzige, was ihr wirklich benötigt, ist eine kostenlose Apple ID. Die könnt ihr ganz schnell und bequem über euren Computer, Tablet oder Smartphone einrichten. Selbst über Apple TV direkt ist eine Einrichtung möglich. Und wenn ihr dann Apple TV ohne euer iPhone installiert, dann müsst ihr euch durch ein paar mehr Screens rund um euren Account durchklicken, um letztendlich die Installation fortzusetzen. Das haben iPhone-Nutzer eben bereits vorher gemacht. Das dauert ein bisschen länger, ist aber nicht wirklich kompliziert. Ein bereits vorhandenes Apple TV müsst ihr nicht verkaufen. Ihr könnt es einfach in einem weiteren Raum verwenden. Denn die TV-Anbieter-Konfiguration findet ihr mit der neuesten tvOS-Version in den Einstellungen eures bereits vorhandenen Apple TVs. Und das bedeutet, ihr könnt die volle Programmvielfalt von Magenta TV dann auch in einem weiteren Raum genießen.